Hallo, heute zeige ich euch, wie man Schneeballe macht. Und dafür brauchen wir wieder unsere Handschuhe, sonst werdet ihr entnass. Es ist auch ziemlich kalt heute wieder, schön frostig. Und wir brauchen auch etwas Schnee. Am besten eignet sich dafür schöner, harter, etwas, kein weicher Pulverschnee, sondern fester Schnee. Und nun fahren wir mit dem Hefen an Schneeball. Pulverschnee. Schön feste Päusse. Und schon haben wir ein Schneeball. Diesmal hälter. Einmal zeige ich es noch. Wir haben jetzt die Hunde festgepressen. Wir haben jetzt die Hunde festgepressen. Wir haben jetzt die Hunde festgepressen.